Hallo und herzlich willkommen liebe Aktienfreunde und Freunde. Diesmal geht es ausschließlich um mein Geld, also nicht im Stallerdepot, sondern um das Echtportfolio Cashflow, so habe ich es genannt. Ich versuche hier so ein bisschen die Quadratur des Kreises zu machen. Auf der einen Seite in Erfolgversprechen der Aktien zu investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Auf der anderen Seite aber auch immer einen ordentlichen Cashflow zu erzielen, über den Verkauf von Aktienoptionen und auch über Dividenden. Und das birgt gewisse Gefahren. Dividenden jetzt weniger, also ich glaube nicht, dass ich mich von hohen Dividenden blenden lasse und ins fallende Messer greife. Aber Aktienoptionen sind eine gewisse Herausforderung, weil man damit ja auch Verluste erzielen kann. Und das kann jedem mal passieren. So, dann ist es gelaufen. Ich fange meistens an hier mit einem kleinen Marktüberblick. Und der August, das war ein etwas hektischer Monat. Der fing hier irgendwo an, hier und hat aufgehört hier. Ihr seht also, der August, das ist der S&P 500. Der war schwach. Der S&P 500 hat hier Pi mal Daumen ungefähr 2,5% oder so verloren. Zwischendrin war das Minus aber mal deutlich größer, über 5%, 5,5%. Dann kam es zu der Erholung. Dann kam wieder ein Einbruch, gefolgt von einer Erholung, gefolgt von einem Einbruch, gefolgt von einer, jawohl, ihr wisst's, Erholung. Das war also so ein relativ nervöser Markt. Und der Nestec, der spiegelt das Ganze ja, wir spiegeln S&P 500 im Prinzip wieder, nur ein bisschen verstärkt. Auch hier haben wir die Abwärtsbewegung, nur eben etwas kräftiger ausgeprägt mit ungefähr 7% Verlust. Und dann wieder auch diese verschiedenen Erholungs- und wieder Rückfallphasen. Und der DAX, selbstverständlich hat der Nestec auch im Minus geschlossen. Und der DAX, der hat sich wie geschlagen, der war hier, hat hier angefangen irgendwo. Und dann ging es hier bis in den September rein. Hier waren auch, ja, ungefähr 2% oder so verloren. Ich war etwas weniger nervös. Die erste Hälfte ging es nach unten und die zweite Hälfte ging es tendenziell nach unten. Und habe mir hier aber auch einen relativ starken Einbruch zu verzeichnen gehabt, wie beim Nestec, um 7%. So, so viel also zur Lage des Marktes im August. Und dann gucken wir hier, wie mein Portfolio abgeschnitten hat. Da seht ihr, mein Marktwert zum Anfang, Marktwert zum Ende des Monats. Und 0,17% habe ich verloren. Im August hat also besser abgeschnitten als der Markt. Und ich habe die Hektik quasi ein bisschen genutzt, um, wenn der Markt am Boden gelegen ist, Optionen verkaufen. Nach der Erholung habe ich auch Optionen verkauft. Unten Short Puls, oben tendenziell Covered Calls. Und das sind jetzt die Aktienoptionen, die ich realisiert habe. Im August im Rahmen des Cashflow-Depots. Insgesamt habe ich mehr Aktienoptionen verkauft, aber ich zeige immer nur das, was halt ins Cashflow-Depot passt. Das heißt, wenn ich jetzt Covered Calls verkaufe auf Positionen, die nicht in diesem Depot sind, dann zeige ich ihn natürlich nicht. Und ich zeige auch nicht, wenn ich Short Puts verkaufe, die zu einem Ungleichgewicht der zu großen Größe, Positionsgröße in dem Depot führen würden, kann ich später nochmal kurz drauf eingehen. Insgesamt dann halt Cashflow von knapp 2.900 Euro oder 1,27% diesen Monat auf den Marktwert. Was ja nicht schlecht ist in Zeiten der Nullzins-Politik. Und dann auch interessant, habe ich noch 200 Aktien gekauft. Und zwar von iRobot. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Da habe ich auch schon Grafik zu iRobot gemacht, aber wir können uns das ja auch hier anschauen. Und zwar seht ihr hier iRobot, die langfristige Entwicklung. Umsatzmargen hier, der Chart. Für mich ja, wisst ihr wahrscheinlich, einer der wichtigsten Charts überhaupt. Weil wir hier keine Verwässerung haben von der Anzahl der ausstehenden Aktien. Wir sehen einfach nur, wie der Umsatz war und wie die Margen gelaufen sind. Und das reicht, um einen sehr guten ersten Einblick zu kriegen, ob das Unternehmen langfristig erfolgversprechend ist oder nicht. Und ihr seht, dass die Umsätze schön steigen. Die waren noch in 2007, lagen die noch bei einer Viertelmilliarde US-Dollar. 250 Millionen US-Dollar. Dann bei 6,960 und 2016 haben sich da knapp verdoppelt innerhalb von zwei Jahren. Von 2017 auf 2018 ist es also sehr gut gelaufen. Und läuft auch weiterhin recht gut. Sind jetzt aber erstmal kurzfristigen Opfer des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Da doch ganz schön unter die Räder gekommen. Und so unter die Räder, dass ich gedacht habe, okay, da legen wir uns mal 200 ins Depot und veroptionieren die gleich mal. Also verkaufen dann Krawatt-Kreuz auf diese Aktien für einen Preis, der über dem Einkaufspreis liegt. Sodass ich die dann notfalls verkaufen muss. Aber mit Kursgewinn und Prämie auch noch kassiere. Hier ist die Bewertung übrigens. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Und da seht ihr, dass wir ja zwei Phasen, eigentlich drei Phasen, weil wir keine Überbewertung haben. Einmal hier und dann hier und dann nochmal hier. Und jeweils kamen wir dann wieder zurück, ungefähr in den fernen Wert. Und jetzt im Zuge des Handelskonflikts. Es ist der Aktienkurs nochmal richtig eingebrochen hier. Von Spitze 125 US-Dollar auf knapp 62 US-Dollar. Ich habe sie gekauft für 63, ein paar zerquetschte US-Dollar. Habt ihr dann gleich veroptioniert. Habt ihr den ersten Krawatt-Kreuz, also die ersten, das sind ja zwei Kontrakte, also den ersten Verkauf quasi schon wieder geschlossen, schon realisiert. Habt ihr jetzt wieder verkauft. Hier seht ihr dann den, den prognostizierten Gewinn und beziehungsweise der Abfall von Ablei den prognostizierten für einen Wert. Und ihr seht hier einfach, dass die Aktie potenziell unterbewertet ist. Ihr seht, dass die hier tendenziell aus meiner Sicht wenigstens ein langfristiger vollversprechendes Investment ist. Da fällt mir übrigens ein, was habe ich vergessen, das hier. Ich stelle mich vielleicht erstmal mal kurz vor. Mein Name ist, du hast ein Titel und ich bin der Betreiber seit Aktienfinder.net und Wachstumswerte.net. Bei mir geht es darum, ums langfristige Investieren und von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Ich bin langfristig investiert in die Unternehmen mit langfristig steigendem Gewinn. Und hier ist der Disclaimer, mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glashuckel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Alles pure Unterhaltung hier und immer selbst eigenverantwortlich mit dem Geld umgehen. Soviel zum Disclaimer zu meiner Person und erstmal zu iRoboter. Und dann kommen wir hier wieder zurück. Ich habe hier noch ein bisschen was getextet, kann ich nochmal nachlesen. Und das hier sind jetzt dann die einzelnen Aufs und Abs, also unrealisierten Kursgewinne und Verluste der Position. Da seht ihr, dass die Ausschläge noch relativ heftig sind teilweise, dass sich das Ganze aber schön glättet in Summe. 3M, starke Verluste, Alibaba, starke Gewinne. Alibaba ist insofern interessant, dass da habe ich 200 Stück. Und die wurden mir ja, treue Zuschauer des Kanals Wissens ja, eingebucht für knapp 5000 Euro Buchverlust. Oder mit knapp 5000 Euro Buchverlust. Und habe ich jetzt aber nicht als wild betrachtet, weil ich ausschließlich mir Aktien andienen lasse, an die ich langfristig glaube und die ich auch langfristig halten würde. So auch bei Alibaba. Und da ist der größte Buchverlust ja schon wieder ausgesessen. Und schreibe ich bereits wieder Kavad Calls drauf. Und wenn ich da ausgeübt werden würde mit dem Streik, dann würde ich die mit Kursgewinnen verkaufen. Hier seht ihr einen Kavad Call auf diese 200 Alibaba mit knapp 400 Euro Verdienst, also realisierter Prämie. Habe ich also schon geschlossen. Den nächsten Kavad Call habe ich bereits wieder geschrieben auf Facebook. Ich habe knapp 1000 Euro Prämie, dann hier iRobot. Ich habe bereits einen Kavad Call geschlossen. Also relativ wenig, 115 Euro, aber immerhin. Und dann habe ich dreimal Tesla, drei Short Puts verkauft und auch wieder geschlossen im August. Also zu Alibaba vielleicht noch. Und zu den anderen, oder allen Optionen, die ich schreibe, ich habe ja schon angedeutet, dass ich nur einen Teil der Aktienoptionen hier zeige, weil andere Aktienoptionen einfach nicht, einfach nicht zum Echt, also diesen Depot gehören. Warum nicht? Weil ich entweder Kavad Calls veroptioniere, die hier nicht in diesem Depot sind, also Aktien, die ihr hier nicht seht, dann gehören da Optionen meiner Meinung nach auch nicht rein. Zum einen und zum anderen, wenn ich Short Puts verkaufe und mich andienen lassen würde und diese Andienung zu einem Ungleichgewicht im Portfolio führen würde, dann zeige ich die Optionen auch nicht. Das wäre beispielsweise bei Alibaba der Fall gewesen, da habe ich auch noch Short Puts verkauft, immer kurz noch wieder geschlossen. Und da hätte ich mich andienen lassen, das lege ich ja immer fest, Ausübung ja, nein, vor dem Verkauf der Aktienoption. Und dann hätte ich insgesamt 500 Alibaba gehabt und das wäre einfach zu viel gewesen für dieses Depot. Und da ja sich vielleicht, ich weiß es nicht, der eine oder andere ein bisschen daran orientiert, hätte ich dann auch, da würde ich in diesem Fall ein falsches Signal senden. Also eine Ungleichgewichtung, das möchte ich nicht. Insofern zeige ich dann eben nicht alle Aktienoptionen, die ich insgesamt so verkaufe. Ich kann aber auch gerne mal alles zeigen irgendwann. Wenn euch das interessiert, kann ich ja mal eine kleine Abstimmung machen auf YouTube, ob ihr mal alle meine Aktienoptionen sehen wollt. Und dann kann ich euch das auch zeigen. Wenn da ist jetzt irgendwas draußen passiert, da fährt jetzt jemand mit einem Signalhorn durch die Gegend, ich werde das nicht rausschneiden, einfach um Zeit zu sparen. So, wie geht es weiter? Ich kann euch hier nochmal die verkauften Optionen zeigen. Das sind nämlich auch noch die, die momentan noch laufen. Da seht ihr dann, dass, wie ich angekündigt hatte, iRobot bereits wieder veroptioniert ist. Die würde ich mir für 67,50 dann wegkollen lassen. Hier ist die Prämie zu 150 Euro. Kann sein, dass mir die dann eben weggekollt werden, ist dann aber auch in Ordnung. Und hier Alibaba, da ist das Strike 190 US-Dollar. Die Prämie hier 600 Euro. Und die würde ich mir auch wegkollen lassen, im Zweifelsfall. Wir haben ja momentan so einen nervösen Auf- und Abmarkt, das habt ihr ja gerade gesehen. Damit hätte ich also dann hier auch keine Probleme. Gut, das sollte mal die Übersicht gewesen sein. Ihr seht ja alle Details nochmal hier auf dem Blog Wachstumswerte.net. Da seht ihr auch das komplette Cashflow-Depot von mir. Nämlich hier, wenn ihr da reinklickt, seht ihr auch das Starter-Depot. Und ich denke, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal beim Starter-Depot. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.